Warum macht ihr das? Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich wieder dastehen und wieder abgeschossen werde. Hinten und vorne und seitwärts und oben und... Weiß Gott was. Nein. Ich hab glaub die falsche Waffe. Aber egal. Ich kann nicht mal irgendwie... Weißt du wie selten das eigentlich ist dass ich online wirklich bei Call of Duty mal irgendwie so eine Serie hinbekomme. Alter wer war das für... Ich. Arsch. Toll. Arsch. Ach du das war gar kein Bot. Der hat sich so komisch gedreht wie ein Bot und dachte ich... Ja ich bin aber ein Bot. Du bist einfach schlecht Jeremia, ist mir nicht. Arsch. Ja das ist Jeremia, ist hundertprozentig. Ja ist sehr viel Nebel gerade in unserer Gegend. Toll. Dankeschön Jerem. Ich kann ja nicht mehr die neue Waffe benutzen. Ey warum... Sind da immer noch drei Wurz? Die lieben dich Jerem. Ne, dann kann ich mir das einfach nicht anfangen. Ja echt. Vielleicht hat das denn Sinn. Du hier mit deinen Sonder-Skills nicht zurechtkommst. Und zweifelreich natürlich. Immer wenn ich da bin. Ich kann dir den ganzen Grund, wie gehts. Ratsch. Ja komm mal. Ich versuch. Guck dir hin. Geil. 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 Arsch. Du tötest mich immer von hinten. Aber okay, ich bin auch nicht besser bei dir. Der Botz war nur kleinen Scheiß. Ja, das ist der Botz. Guck dir mal das an. Mit einer Sumptex tötet er mich. Ach Arsch. Gott. Suche das, warum? Die Filis. Gab es da irgendwie keine Probleme mit dem Namen? Haben die da nichts zu gehen gesagt? Ne. Richtig nicht. Warum sollen die nicht schlecht sein? Toll. Ey. Er kommt mit Schockladung. Dann kommt der von hinten. Natürlich. Macht Spaß, das Spiel. Findet ihr der auch? Ja. Ich dachte, der findet da voll die pure Freude in dem Spiel. Ich glaube eher du bist gestorben. Wow, Schande. Wollt gerade nur weglaufen. Ja. Der hat so langsam gewesen. Alter. Der Bot ist schwul. Der hindert den scheiß Schützschild immer. Ja. Der hat immer einer mit dem Schützschild. Der will sich frei fauschen. Hahaha. Das ist so gut. Ich glaube, das war ein richtig guter Witz in mir. Ne. Das war mein Arsch. Also den muss man also... Der ist sogar gut. Der ist... Also der war wirklich also... ...nicht ganz scheiße. Der hat sogar politisch schwöner Grund gehabt. Ja, na, na. Ich war grad zu schnell für die Claymore. Wow. Schaff ich auch nicht immer alle Tage. Hab ich ja noch nie geschafft. Ich bin immer drauf gegangen mit den Dingern. Ja komm. Wir stehen nur rum und schießen. Und das ist gut, oder? Ne. Das ist richtig nervig. Also dann gut. Gehen alle aufm Haufen. Was ist das? Brauche ich die Kills? Wie der rennt mir hinterher? Ah scheiße. Wie meine eigene Leute töten? Wie hat's schon 5 dreimal da drauf gegangen? Du Depp, du legst ja nah. Das ist so unfair. Du kannst doch auch mal. Das sind mir voll die Profi-Skills. Mach doch auf. Ich kann nicht so schnell. Ey, ich will nicht so schnell reagieren. Oh. Was ist das? Kannst du das denn? Ich hab das Simonius schon lange nicht mehr getötet. Ich hab dich aber gerade geholt. Ja, ich weiß. Was heißt geholt? Profi. Toll. War ich gerade am Nachladen hinterm Auto und dann kommt der einfach und hieß es mir in den Kopf. So ein. So ein. Oh man. Oh man. Oh man. Ganz wenig Schuss, ich darf jetzt nicht sterben. Ich sag, ich darf nicht sterben und was ist? Ich sterbe. Dankeschön. Ah, alter Schwede. Ja, sterben. Das war, du darfst schon nicht sterben. Ja, jetzt ist das schon vorbei. Ich hab fast einen Punkt, dass ich reagiere. Das muss ich verhindern. Ah, Simon! Der geht mir auf den Sack mit seiner Scheiße. Toll, kommen sie schon auf unserer Seite im Haus von der Trefferwunde. Ey, die mit Einsatzschild, die nerven mich frei. Vielleicht kommt der Remy jetzt auch mit Einsatzschild. Die kommen zu rechts und zwei davon sind Einsatzschild. Toll. Das macht doch keinen Spaß. Habt ihr Angst? Nein, das nervigt. Da kommen schon wieder zwei. Ja. In die Schuhe. Die suchen die Nähe zu dir. Oder zu mir. Kennedy, Alter. Kennedy. Was ist mit dir? Civilis. Was? Was denn? Ich frag mich echt, wie man auf den Namen kommt. In dem Moment. Guck, 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 guck. Da kommt schon wieder einer. Der auf den Tisch ist echt nicht schwer. Wir sehen ihn auf dem Radar. Wer? Simon, du hast das auf mich abgesehen. Kann das sein? Nein. Du hast ihn auf den Weg zu ihrer Position. Auf den Weg zu ihrer Position. Scheiben. Klar, laut Stau und Ding, beides. Hey, jetzt macht sehr schräg Spaß, oder? Oh man. So wie Demo. Ich meine, ich kann so richtig. Wie kann ich darin stehen? Hast du jetzt wirklich die Predator nahe geschickt? Nein. Simon. Ich wäre dafür, dass ihr die abschaffen müsst, die Dinger. Das ist nervig. Wenn ich hier nicht meine Killserie hinkriege, aber ihr ganz nett wäre voll. Was? Oh man. Das ist lustig. Ich hatte gerade eine 20er Abschuss-Serie, mich aber leider von der Granate. So eine Scheiße. Ich habe gerade sie getötet. Jetzt kommt er mit der Schrodenflinte. Ups. Weißt du? Schrodenflinte? Ja. Scheiße. Die eigene Leite ist echt peinlich. Kann ich eine eigene Leite töten? Fast. Wenn ich jetzt mindestens schon 50 Stück drauf geschossen habe. Kann ich eine Elikopter machen. Oh nein. Ich habe gesagt, du bist ein Helikopter. Ja. Habe ich doch gerade gesagt. Du bist so ein Dab. Die Leute sterben hier, bevor sie zu mir erst herkommen. Das ist natürlich süß. Was ist daran süß? Wie alle sterben. Die kippen einfach alle um. Ey. Mit Einsatzschütten. Der legt deine Klemmung in der. Legt deine Klemmung. Ich nicht. Keine. Trotzdem zu schlau. Das gibt es nicht. Ich hasse die mit Einsatzschild. Kann man die nicht entfernen? Nein. Die will ich behalten. Die nerven dich. Man kann auch Waffen verbieten. Könnt ihr eure Abschlussserien verbieten? Nein. Die haben wir uns ja ehrlich erkämpft. Ah ja. Ehrlich erkämpft. Von Wege, dass so ein Anfänger nieder macht. oder was? Und seine Mini-Bots hier noch besitzt. Keine Untermenschen. Ah. Ich bin kein Untermensch. Ich bin ein Großmensch. Toll. Was ist passiert? Nein. Der bollert mich. Der bollert mich. Der bollert mich. Warum sollten wir auf die Beine? Warum kommen die mit Shotguns auch noch? Warum? Weil sie sich an mir halten. Weil sie sich an mir halten. Der hat auch meine Schuld dran. Das ist doch echt zum Kotzen. Ich weiß nicht wie man messert. Verdammt. V. Du bist tot. Das freut mich. V. V? Ja. Was ist denn so ein Witz? Hab ich ja vorhin schon mal gesagt. Ne hast du nicht gesagt. Du hast gesagt. Du hast gesagt. Du musst bei der Tastatur angucken wie du es eingestellt hast. Ja. Dann hab ich gesagt standardmäßig ist es V. Ich weiß aber nicht ob das verändert hast. Voll ins Gesicht. Das ist irgendwie voller Unfall gerade eben. Ich hab dir gerade voll ins Gesicht geschossen. Ja. Bin ich eigentlich vor einem Typ? Ja. Was denn? Aaaaaaah Simon. Riecht mich doch mal selbst. Verdammt. 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 Ey ich geb dir nur nur Hit Marco. Was ist das? Was ist denn Hit Marco? Oh, Oh, Jeremias. Für PS3 schmerzen wir sie es nicht. PS4. Du hast auch mit der Ab Medicare spürt? Ich weiß ja nicht, was was ist. Ja, verreckt. Ja, du Hurenbock. Ich teile nur ein paar Schüsse mit Armbrüht. Ja. Mia's Haar. Haar für Harnröhre. Was für Harnröhre. Was hat denn dir zum Frühstück gäbe? Heute mal nicht viel. Echt nicht, warum? Das ist ja verboten. Es macht keinen Spaß, wenn du mir mal rumbringst. Es macht keinen Spaß, wenn du mir mal rumbringst. Was hat denn eine Sniper-Gleitung an? Ist das so? Da kommt sowas wie Jeremias und das Heide. Du weißt, wie schwul ist das Jeremias? Ähm. Nein. Nein. Ah. Ah. Er legt da nichts mehr vor. Ich glaub ich will. Toll. Weil die Muni lebt. So eine Scheiße. Ach. Er kämpft sich die Birne weg. Ja. Ja. Was? Da kämpft sich die Birne weg. Oh Mann. Was ist denn das für ein Spruch, Jim? Zeig dir jetzt gleich mal was Jeremias. Das ist so ein richtiger Holländer. So viel wie der kämpft. Der war gut Holländer und kämpft. Oh, hab ich gleich zwei erwischt oder was? Oh, geil! Ja, wenn man zum Gerät daherkommt, kann ich auch nicht so viel. So dicke, ey. Hahaha. Ja. Genau das Jeremias. Ich muss immer in der Klaus gehen oder was sagen. Jeremias? Ja. Aber du hast es falsch gemacht.